Merkölsches Schwimmbad in Esslingen. Das einzigartige Jugendstilbad. Lassen Sie sich im 34 Grad wohlig warmen Mineralthermalwasser treiben oder entspannen Sie in unserer Saunalandschaft. Verschiedene Klang-, Duft- und Lichtspiele wirken stimulierend auf die Sinne. ESTV – Videos aus der Region Ganz herzlich willkommen hier bei ESTV. Mein Name ist Stefan Zandler und bei tollstem Wetter haben wir langsam den Höhepunkt der Fastnet erreicht. Wir sind beim Fastingsumzug durch Wernau. Was hier so besonders ist, das versuche ich rauszufinden und nehme euch gerne mit. Ganz viel Spaß dabei. Reino! Und was ist hier denn an Wernau so toll? Was ist an dem Umzug so besonders? Gut, hier ist auch einfach immer mega Stimmung. Viele Zuschauer. Macht einfach Spaß. Könntest du mal meinen Schirm heben? Selbstverständlich. Ooooooh! Woher seid ihr denn aus welcher Zund? Ah, von Neuhausen, von den Klons. Ah ja, woher sonst, oder? Ja, die Klons sind ja die älteste Gruppe in Neuhausen. Okay. Von denen stemmen die Phasen nicht her. Seit über 120 Jahren sind wir, die Klons, eigentlich die Gruppe. Und heute hier in Wernau vertreten, oder? Was ist hier so toll in Wernau? Ha, der ganze Umzug, jeder Umzug ist toll. Und in Wernau natürlich auch. So schön! Oh, ich hab was aufgedreht, ich hab was aufgedreht. Mario! Wenn ihr auf der Suche nach einem passenden Faschingskostüm seid, kann ich euch den Moderator Wermstens empfehlen, der scheint gut anzukommen. Musik Was macht denn Baldmannsweiler heute in Wernau Sommer? Guck dir doch mal das Wetter an. Das ist doch ein Traum. Traum? Das ist auch gigantisch. Das ist doch ein Highlight. Es gibt doch nichts Schöneres, oder? Hier ist auch morgens was los brutal. Manovier ist sehr, sehr schön. Soll er sich wirklich nicht mehr vor, das war der Rang mit dem Bremsen und der Frügel. Er ist ja sehr gut. Wir haben jedem einen Aufmerksamkeit und den Geist. Aber jetzt war es ein Grund, Dann haben wir ihn auch wieder zurück. Und dann lass uns ganz Fucken. Dies ist echt gut! Er hat mich auch wieder im Bauch mit dem auch für den Schnellen. Das ist eine große Herausforderung. Ihr seid waschechte Wernauer, habe ich gehört. Und wie ist es selber hier in der Heimat zu laufen? Richtig geil. Ihr habt ja einer der größten Umzüge hier, oder? Ja, zum Glück. Absoluter Hammer. Und was macht den Umzug hier aus? In der eigenen Stadt und jede Menge Zuschauer. Und Bombenstimmung. Von Anfang bis Ende. Einfach nur genial. Die machen mich heute alle schön. Blitzkirche ist. Ich stelle nicht ganz sauber an die Heimat. Tolles Wetter und beste Stimmung, die hatten wir heute in Wernau, es war ein mega toller Umzug, riesig groß, super, Bonbon gibt's immer, immer, her damit. Das war's von uns aus Werner, ich hoffe ihr hattet auch so viel Spaß und bis zum nächsten Mal, macht es gut, ciao, ciao. Was, ach da, am C, sag mal, ist das toll. Was, ach da, am C.